Am 16. Juli ist es wieder soweit. Die AOK Nordost und die Nachwuchsakademie des FC Hansa Rostock laden alle fußballverrückten Kids zum AOK-Jugendtrainingstag ein. Und du kannst auch dabei sein. Mach dich auf einen erlebnisreichen Tag mit tollen Highlights gefasst. An diversen Stationen kannst du trainieren wie die Profis, bekommst wertvolle Tipps von den Trainern der Nachwuchsakademie und kannst sogar einige der Hansa-Profis persönlich kennenlernen. Mitmachen können alle Jungen und Mädchen zwischen 6 und 14 Jahre. Egal ob Anfänger oder im Verein. Also sei dabei, sichere dir jetzt deinen Platz und zeig, was in dir steckt. B Bis zum nächsten Mal.